Servus zusammen, 3. Mai, abends, was sind wir denn, 17.34 Uhr, DAX klickert noch, es ist DAX-Time. Für diejenigen, die mich nicht abonniert haben, ihr solltet wissen, weil ich sie nicht reingestellt habe auf finanzen.net und wo überall sonst noch, ich habe 5 Aktienfilme gemacht, es sind insgesamt 20 Aktien, es fehlen noch 2 Filme, aber mir ging es den letzten Tagen nicht so gut, jetzt geht es mir wieder besser, ich kann wieder atmen und schnarchen und werde die Anfang nächster Woche machen, weil ich mal früh nach Wien gehe, deshalb gibt es keinen Film am Freitagabend, sondern erst am Sonntagabend. Puh, Atemhol. Also, der DAX erinnert mich an das hier. I hate you and then I love you. It's like I want to throw you off the cliff and rush to the bottom to catch you. Das ist, ich liebe diese Miniums, da gibt es so viele Sprüche, es ist so, man mag ihn, man mag ihn nicht, er polarisiert, ich rede jetzt vom DAX, ist ganz blöd zu handeln. Wir waren hier, das ist der Tagesschart, wir waren hier bei der 16.000 und damit habe ich mich also offiziell geirrt, als ich bei der Invest behauptet habe, Ranges 13.800 zu 15.800. Da waren wir bei 14.950 oder irgend sowas und jeder sprach von Bankenkrise. Und da habe ich gesagt, nee, das ist noch nicht so weit, also das glaube ich nicht, aber ich habe ihm nur Platz gegeben bis 15.800. Ja, wir waren glaube ich 16.000, keine Ahnung, 10 oder sowas. Also Congrats an all diejenigen, die es immer gesagt haben, hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Egal wie, jetzt sind wir wieder bei der 15.800, in diesem Fall 25, jetzt hier um 17.36 Uhr. Und es passiert nichts, es ist ätzend, es ist nervig, es ist mal, mal geht er mal 100 Punkte hoch, mal 50 runter. Am Mittwoch, wenn ich den nächsten Film mache, also Freitag mache ich keinen Film, am Sonntag kommt er. Am Mittwoch kann ich auch keinen machen, weil da springe ich nämlich bei NTV rum. Und dann weiß ich ganz genau, dass der Freddy Tilgen mich fragen wird, na Herr Schlegel, was sagen denn die Techniker? Ich weiß jetzt schon, was ich ihm sagen werde, weil ich bin ganz fest davon überzeugt, da wird sich nicht allzu viel ändern, es sei denn, die FED macht heute Abend irgendwas ganz Dramatisches. Und ich meine, die macht schon manchmal Dinge, die man so nicht bedenkt. Egal wie, 20 Uhr ist heute wichtig, jetzt haben wir 17.36 Uhr, da kann noch was kommen. Jetzt gehen wir zum DAX. Ja, wir haben die 16.000 gesehen, wir sind mal über das obere Band geschrubbt und dann gleich runter. Was ich, ich mache es mal ganz groß, was ich faszinierend fand, das war die Freitagskerze. Das Low von dieser Freitagskerze war tiefer als von 10 vorangegangenen Tagen. Und das Hoch- und der Schlusskurs war höher als das von vorangegangenen 10 Tagen. Klassischer Außenstab. Das ist eine absolut brutale Kerze. Die war wirklich gut, die war kraftvoll, die Bewegung war mit Volumen unterstützt. Und dann hauen wir hier am Dienstag so ein Ding hier rein. Wir werden uns gleich mal auf den kürzeren Zeiteinheiten sehen, wie das aussah. Meine Güte. Also dann hauen wir, das ist, es gibt eine Kerzenformation, die heißt Bozu oder auch Marubozu, Black Marubozu. Allerdings ist das keine, da müsste die Kerze, diese hier, also die schwarze Kerze, komplett die weiße ummanteln. Tut sie nicht. Das hat sie nicht leicht geschafft. Von daher ist das kein, kein Verkaufssignal. Ist das nicht. Nicht aufgrund von Steven Nissons festgelegten Formationen. Heute machen wir dann so eine Art, tja, ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht, was es ist. Das ist noch nicht mal ein Doji, das ist irgendwie so ein Pille-Palle. Aber schaut mal hier, die 20-Tage-Linie, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal touchiert. Immer mal darauf achten. Heute ist sie bei 15.762. Das war immer ein ganz guter Support. Wurde auch mal unterboden um 50 Punkte. Ja, aber es ist was. Im gleichen Atemzug aber reduziert sich die 20-Tage-Linie, beziehungsweise nähert sich der 10-Tage-Linie, beziehungsweise sie nähert sich der 20-Tage-Linie an. Im Umkehrschluss war sowas mal, hier ging 10 über 20. Es ist noch nicht so weit, aber zumindest mal im Auge behalten. Für mich, der nach wie vor sehr, sehr wichtige Support ist die 15.670. Da dürfen wir auch mal drunter gehen, aber nicht drunter schließen. Der hat jetzt so oft gehalten hier, ehemals, ganz kurz noch mal näher ran, dass die Wichtigkeit dieser Linie unterstrichen wird, ja ganz oft als Widerstand gegolten. Auch drüber, wieder nicht geschafft. Erst als wir drüber sind, war es. Und dann war es auch wieder Unterstützung. Also guckt bitte auf die 15.670, diese Linie hier. Sollte die gebrochen werden, habe ich natürlich hier das Band, was ich mit diesen beiden Schadpunkten hier vereine, bei 15.537. Aber eigentlich habe ich dann den Freund hier. Ich gehe jetzt hier nicht auf die Monatstechnik ein oder auf die Wochentechnik. Die sieht bei mir kippend aus, aber ich habe noch keinen Beweis für ein Verkaufssignal. Also könnte ich nicht behaupten, deswegen erspare ich euch das hier. Wir gehen jetzt mal auf die 4-Stunden-Einheit. Also vom Tag her neutral, leicht negativ, neutral um die 20-Tage-Linie rum. Auf 4-Stunden-Einheit, gültig bis Freitag. Hier neutral bei 41, was soll ich denn da, zwischen 0 und 100, 41 ist für mich neutral. Neutral über das MACD, Trendfolger. Da ist auch kein Trend. Wem soll er denn folgen? Ja, also vergesst es, MACD, es hat keinen Sinn. Von den Bändern her, neutral. Wir sind um den 20er gleitenden Durchschnitt. Fast genau wie eben beim Tagesschnitt. Da ist nichts zu holen. Aber da ist gar nichts zu holen. Dann die Stunde. Zwar leicht positiv nach oben gedreht, aber statt eben 41, es ist hier bei 62, kann ich Angst mit anfangen. Hier, es ist genauso armselig wie in der 4-Stunden-Einheit. Eins ist mir aufgefallen, eben beim Durchschauen, wenn ich mal die Fibus anziehe, dass wir mit Mühe und Not, mit dieser Kerze am heute um 13 Uhr, waren wir auf dem 50er Retracement von dieser Bewegung. Hier 16.019 runter, mit Mühe und Not. Aber er ist auch nicht so besonders toll. Also das heißt, wir haben nur eine kleine Korrektur erfahren, dessen, was wir hier verloren haben. Was mich stutzig stimmt. Schaut mal hier, wie lange das Ding braucht, um zu steigen. Busch, busch. In der Hälfte der Zeit geht es mit starken, fetten Kerzen nach unten. Hier genauso. Ewigkeiten hier hoch und dann zack, zack. Das finde ich nicht so schön. Vom Sentiment her habe ich nach wie vor den Eindruck, dass die Leute eher möchten, dass der Markt runter geht oder es erwarten. Nach oben tut es weh. Meistens geht der Markt den Weg des Schmerzes, nennen wir es mal so, Schmerzansgeld. Aber im Moment muss ich sagen, jetzt mit Hinblick auf FED, EZB, hier weiß ja keiner, was los ist. Und dann haben wir in den Einzelwerten Bewegungen, die sind nicht von schlechten Eltern. Nehmen wir mal heute zum Beispiel TeamViewer. Also das sind schon ein paar ziemlich heftige Bewegungen dabei. Und andere Werte schlafen völlig ein. Also ich bin froh, dass ich nicht da bin. Und ihr wisst, was es heißt, wenn ich nicht da bin. Wenn ich nicht da bin, ist meistens Voila. Die liegt heute bei 20, der VDAX New. Interessant ist für mich, ich musste in diesem Jahr dreimal die Scheine ändern, die ich euch immer so vorstelle. Einfach, weil wir mehr oder weniger in der Seitwärtsrange drin waren. Und ich hier einen Abstand habe im Moment von 600 Punkten. Und von oben runter sind es 800 Punkte. Ich habe weitere Scheine gewählt. Hier, der ist jetzt bei 14.900. Ich runde leicht. Aber wie sich die Hebel jedes Mal verändern, ist erstaunlich. Ist wirklich erstaunlich. Also es sind die gleichen Scheine wie letzte Woche. Deswegen lese ich sie gar nicht vor. Ich will euch die Zeit ersparen. Wer sich anschauen will, guckt bitte mal drauf. Hält einen Film an. Also ich bin nochmal am Freitag nicht da. Am Sonntagabend gibt es den Film. Am Mittwoch bin ich nicht da. Da könnt ihr mich dann irgendwann am Donnerstag auf NTV euren Fernseher mit Bananen beschmeißen. Oder was ihr mal machen wollt, wenn ich Mist erzähle. Und dann gibt es am Freitag wieder einen Film. Ich finde den Markt schwierig. Es ist so wie mal hier an die 16.000 hingerochen oder hingekrochen, hat schlecht gerochen und schnell wieder weg. Das war schon erstaunlich. Und ich war in dieser halben Stunde hier von 9 Uhr bis 9.30 Uhr war ich natürlich wieder nicht da. Es ist immer das Gleiche. Deswegen nutze es aus. Ich bin nicht da. Viel Spaß mit meiner Wallah. Happy Trading und fette Beute. Bye, bye. Bye, bye.